Ja, der ist nicht ganz so zufrieden, aber jeder Sprung auf die Füße ist in der Sprung. Und wenn er eine tolle Sprung auf die Füße stellt, dann ist er auch gegeben. Felix Ruta macht sich bereit, bis zur nächsten. Marco Samagelio, Vater aus Italien, am Boden, aber schon mit dem Frauen sagt, dass er gut hört sich. So, Felix, komm! Applaus für das Publikum für Felix! Wo seid ihr hier? Auf geht's! So bist du wirklich auch? Ja, also man sieht den Abrunden nicht ganz erwischen. Das ist so gut, aber das ist so gut, dass er so schnell gemacht hat.